moin moin leute und ein kräftiges moin moin hinterher ich wollte euch heute mal ein alle meine amoe bus zeigen die stehen bei mir im schlafzimmer weil ich im spieler zimmer kein platz macht für die da irgendwas auszubauen und ja und das sind insgesamt 77 und jetzt fangen wir mal an ich zeige euch die erst mal die auf der fensterbank stehen habe weil meine regale die ich hier angebracht habe ja leider nicht alle reinpassen und ich dachte mir ja dann stehe ich auf die fensterbank also geht es los ich zeig euch nicht so alle in richtig dateien mal kurz das letzte video zu lang euch liebe amoe bus schreibt man die kommentare rein was eure lieblings amoe bus heute dabei eben der akku alle aber es geht weiter was habe ich ihnen noch mal gesagt ja was für eure ist was eure lieblings amoe bus hier sind welche von anime crossing da habe ich auch ein ein paar habe ich in der fall welche von platz tun und die wie trainerin ja einfach höher der spielkämpfer hier diese wie ähm knicker auf mein bett um es alles zu zeigen hier sind standard figuren von von nintendo zum beispiel piranha pflanze koopa und so weiter donkin kong daisy die peach und drei verschiedene mario muss ich kurz einen schnitt machen ich habe noch so eine wie also so eine vielleicht diese 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 die man nicht bei der wir mal stellt hat diese das ist ein ding dann haben wir hier die schnellsten igel der welt sonic als klemper beide beide versionen formen hopp ist die abkürzung aber hier noch ein paar von den anderen noch ein paar schreibt in die kommentare so liebe hier werden noch ein paar zelder figuren davon habe ich nicht so viele der bewohner wir haben welche von samos hier haben wir daxamos hier haben wir zero sud samus wenn ich richtig ausgesprungen habe sagen muss, hier kommt meine Pokémon Amiibo, ich stehe gerade auf dem Bett meine Lieblings-Amiibo ist die kommt gleich das ist Glurak Glurak ist das beste Pokémon in der Welt das allergeilste das waren jetzt alle meine Amiibos ich hoffe es hat euch gefallen alle mal zu sehen, das sind 77 Stück und ja ich werde weiter sammeln weiter, weiter und weiter bis dahin Glurak und ich euch haut rein, eure Ehrenuhr bis denne und auf Wiedersehen